Und gut, dann erzähl mal, wie du es heute gefunden hast. Genau, also wir sind ja hier am Startup Day in der Uni Köln und es waren sehr interessante Gespräche. Wir haben viele Vorträge gehört, insgesamt ein sehr rundes Programm. Kann ich auch nur wertschätzen, das Ganze wiederum. Die Vorträge waren auch sehr speziell teilweise für uns natürlich. Auch wiederum interessant sind natürlich alle gründungstechnischen Punkte, also gerade was die Gründung für Jungunternehmer angeht und was auch ganz interessant ist. Wir haben auch einen Preis gewonnen. Wir haben hier den zweiten Platz gemacht, muss man auch mal erwähnen, Hafervoll, das Müsli für die Hosentasche. Und da möchte ich mich auch ganz herzlich beim HGNC und natürlich auch bei allen Sponsoren bedanken. Und ja, ich fand das war wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung.